herzlich willkommen leute ich bin es heute mit einem neuen video anstatt das wird mein erster sein und ja das wird ein vorstellungsvideo sein also ich bin zwölf jahre alt ich habe heute meine haare hier blond gefärbt strengen gemacht aber morgen werde ich wahrscheinlich komplett machen und es wird die kurze video sein und ich bin zwölf jahre alt ich komme aus der brasse war ja ich habe zwei oma ja ein vater und mutter die sind gerade draußen mich nicht gehört und ja ich bin doch also vielleicht werde ich auch komplett blut machen ich weiß es nicht aber ich glaube ehrlich dass ich hier noch viel also viel blut machen werden und ja okay also was auf jeden fall sagen will ich werde diesen ps3 controller verlosen ich weiß die ps4 ist rausgekommen aber ja ein paar zocken wahrscheinlich noch ein bisschen ps3 ganz neu hier wirklich ganz neu ja der ist gebraucht aber der ist nicht kaputt leute keine angst hier klappt funktioniert auch alles funktioniert und ja was sie dafür machen ist um diesen controller zu kriegen ja das ist ein weißer controller ein scuff controller sozusagen also die haben mir die alles funktioniert ihr müsst mindestens 10 likes ausklappen und ihr müsst mich abonnieren im 50 jahres verloser ich das da auch wenn ich schon 10 likes erreicht habe und noch keine 50 abos dann werde ich das noch nicht verlosen ich hoffe ich hatte jetzt kein video gefallen dass mein like und abo da wir sehen uns morgen und jeden tag wird ein video rauskommt und wir sehen uns morgen diese schreit die ich gehört habe zu meinem und wir sehen uns morgen bis mal schreit die